Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Death by Day, da ich jetzt durch mein Dump-Pad aktiviert habe, funktioniert auch endlich mein Hotkey für Aufnahmestart. So muss das. Deathslinger, glaube ich. Das ist ein Deathslinger, das wird keine gute Runde, das sage ich dir jetzt schon. Oh ja, der hat immer noch den PCF. Heute bisschen entspannt, bin noch nicht seit lange wach, Hugo hat beschrieben, ganz entspannt auf jeden Fall. Alles gut. Warte, was tut es nicht mit mir am J-Ne, hier ist gar keiner am J-Ne mit mir, lol. Nicht mehr. Ja, manchmal ist es nervig, manchmal ist es so nervig, wenn durch eine Pelle durchschlagen, aber, hey, ich bin gleich voll im Haar. Danke, Hugo. Ich kann dir direkt runter holen, das würde er aber niemandem von uns in vorderen verschaffen, also hoffe ich darauf, dass er an ihm vorbeigeht. Oh, ein Deathslinger. Oh, boah, er läuft da hinten rum. Aha, aha, soll er ruhig, soll er ruhig. Ich möchte nur, dass er... Jennifer Sift, äh, Laurie Seele. Ich meine, ich muss ja nicht alles für ein, äh, Peteris Genome, einen Free Hit, äh, zu vergeben an den Killer. Warten, bis er weg ist, sich runter holen, uns geht beiden gut. Nice. Der ist gleich hier. Na, der hat andere Leute. Wir machen den Gen hier ganz easy fertig. Ich heil dich ganz easy hoch und, äh, keine Ahnung, suche ich mir einen zweiten Gen. Ich glaube, ich habe das nämlich noch als Arcade Mission offen. Ich denke, es ist ein Barbecue. Na, ist mir egal ehrlich gesagt. Sollerdorf, wir sind eh mit hierhin fertig bevor er kommt. Nein, er hat kein Barbecue, denke ich. Oh, shit. Ich nehme alles zurück. Ganz entspannte Runden. Er hat Bambuse. Der Bambuse ist jetzt der... Der ganz entspannte Runden. Scheiße, das war nicht cool. Nein, er hat keinen Bock, aber du läufst rein! So viel zu entspannten Runden. Schade. So ein paar entspannte Runden wären nämlich mal eine schöne Abwechslung. Gehen zu dir die Fengmin? Ah, wenn das die Fengmin ist, ja... Nein. Dann kann ich dich heilen. Okay. Und dann muss ich nur noch eine andere Person heilen, dann habe ich meine Archive-Mission fertig. Lori, wer deins mit den Schatten? Ja, das war zu erwarten. Und das war auch zu erwarten. Schub der Wupp. Hey, ich seh' ich da im 3-Unhook. Vielleicht sollte ich WeGun-Ele-Failer nächste Runde mitnehmen. Ich seh' ich, als ich jemanden selbst kämpfe, welcher Hunde macht das. Ich werd' ihn sowas für'n töten. Claudia, was sonst... Also, die heißt Claudia, ich mein' nicht den Charakter. Claudia, Elena... Claudia, Elena... Claudia, Elena, die 101. in ihrer Blutlinie, Alter. Das ist so'n, äh, Geschwisterzweig von, äh, Queen Elizabeth. Ich hab' nicht erwartet, dass er zu mir kommt, ehrlich gesagt. Ja. So, jetzt kurz mit einem Mad-Kit hochheilen. Und, äh, ich kriege... Wirst er dich aufheben? Er wird dich aufheben gesehen. Guck mal, ich hab' gesagt, entspannte Runden. Was ist los? Ja, die Killer zurzeit, die sind nicht mehr so entspannt drauf wie sonst. Merk' ich grad. Ich mein... Ich würd' gern so lange warten, bis der komplett weg ist. Und vielleicht mit anderen findet. Das ist in Ordnung. Die eine ist selbst kürzlich, die andere rennt irgendwie auf der Stelle rum. Oh, ne, die hängt... Hi. Mh... Ruf ihn, die Essenz meiner Seele! Hast du grad'n Geräusch gemacht, nur weil jemand gestorben ist? Nein, ich wollt' sagen... Gehen wir ja dann mal hoch, oder dass mir auch gefallen, dass der Gend da oben fertig ist. Hopp, wir gucken. Du hättest warten können, Hugo. Ich hatte dann aber anscheinend nicht geirkt, dass ich jemanden runtergeholt hab. Merk' ich, merk' ich. Ich war nämlich eigentlich sicher, du gehst jetzt kaputt. Ich auch, aber der hat die Felge gedreht und ist dann direkt zu der Claudia gegangen. Hey. Naja. Der wird die Eno downen und dann zu mir kommen und mich aus meiner Existenz ausradieren. Heißt, wir ballern den Gend durch, ich hehl dich hoch und danach gucken wir mal auf der Steam auch noch einen Gend. Und du meinst, alle drei Gend, die auf der anderen Seite im App sind? Ernsthaft? Und wir haben den hier grad fertiggestellt, das war nicht schlau. War's nicht, aber hey, Punkte sind Punkte. Fuck! Dump! Idiot! Wir liegen iPodanける! 77key Ganz entspannte Runde, ich lege unter ner Palette aber ist einfach weg gegangen. Er kommt zu mir, er hebt noch nicht auf. Er geht zur Tür, Kontrollen machen. Wo seid ihr alle, bin ich blind? Ja, und du wirst jetzt am Huck. So wie wir alle. So, also danke für dich schon und das war eine weitere Folge. Ich hasse mich. Wann bist du auf die andere Seite der Map gegangen? Ich habe meinen, du beantwortet dich zu verfolgen. Das kannst du keine Verfolgung nennen. Ich habe nur die Line of Side gebrochen und wir sind dann einmal vor uns zurück gelaufen. Verdammt. Ey, aber er hatte kein Blatt geworden. Wieder ein Minus-Pimp. Zwei in a row. Ich will drauf gehen. Oh Gott, ich habe voll krank. Ich hätte mal alles dabei. Was hat der denn dabei? Ach, der hatte Rancor dabei. Und nöt. Und hat sich entschieden, mich auf... Ja, klar, klar, Alter. Klar, Mann. Natürlich. Warum auch nicht? Er hat zwei Perks, die eigentlich dafür sind, alle außer mich zu jagen. Okay, gut. Nicht alle außer mich, aber... Ich hoffe, wir warten mal. Hatten wir alle fünf Daltotems weg? Anscheinend. Ich habe die eins angefasst. Okay, gut, dann hätte sich auch das erledigt. Äh, jetzt habe ich die Folge aber wirklich gestreckt. Die endet jetzt hier. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.